Die DM ist der erste große Höhepunkt des Jahres. Da geht es im Titel um Normen für internationale Meisterschaften. Ich habe es oft genug nicht geschafft. Bei mir war es meistens eine Zitterpartie. Ich habe es so oft probiert, so viele Rückschläge gehabt, immer wieder doch verletzt gewesen, es doch nicht gebracht. Irgendwie wusste ich doch aber, dass in mir viel mehr steckt. Braunschweig war dann wohl so der richtige Befreiungsschlag. Ich habe eh schon so oft darüber gesprochen, aber es war einfach wie so ein Knall. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Es waren so viele Emotionen und mir ging da so viel durch den Kopf und es ist so viel abgefallen. Und im Braunschweig konnte ich es dann endlich mal allen zeigen, nicht nur mir selber, sondern dass es sich gelohnt hat, dran zu bleiben.